Fast niemand macht den Kaffee so perfekt wie die Barista. Doch was macht einen guten Barista aus? Die Baristi, wie es in der männlichen Mehrzahl eigentlich heißt, oder in der weiblichen Form Bariste, können nicht nur die Mühlen und die Maschinen bedienen. Sie kennen alle Kaffeezubereitungsarten, müssen die Degustation beherrschen und haben fundiertes Wissen über den Kaffee. Für den perfekten Espresso müssen viele Details zusammenspielen. Frische des Kaffees, Bohnensorte, Mahlgrad, Kaffeemenge, Wasserhärte, Brühtemperatur, Druck und Durchlaufzeit. Den Gästen jeden Tag die gleiche Top-Qualität zu bieten, ist der Kern des Jobs. Jedes Detail behalten die Barista im Auge. Sie sind in der Kaffeebar Schlüsselfiguren und beeinflussen die Umsatzentwicklung. In der Kaffeebar werden jegliche Arten von Kaffeemaschinen eingesetzt. Von Vollautomaten über die Siebträgermaschine bis hin über die Filterkanne. Es ist wichtig, dass die Barista ihre Mühle richtig einstellen und nachstellen können und die optimale Dosierung des Kaffeemehls kennen. Als Barista ist man auch Gastgeber. Sie beraten ihre Kunden kompetent und sorgen dafür, dass sie sich wohlfühlen. Die Barista sind nicht nur Köche, sondern auch Künstler. Latteart, also Milchkunst, heißen die vielen Verzierungen, die die Barista auf die Cappuccino zaubern. Um das Können auf die Probe zu stellen, messen sich die Barista an den nationalen und internationalen Barista Championships. Wer Barista werden will, besucht professionelle Ausbildungen. Viel Übung macht den Meister. Wer noch mehr wissen will, informiert sich auf der ProCafé Website, auf welcher Kurse angeboten werden. Na, haben wir das Barista-Feeling in Ihnen geweckt? ular Gracias durch den Montage Mühlenositer und Parten, hier Übung und Porten. Dit kommt mal auf mehr Zeit. Da, sind wir einmal auf das Maun agree, die höchst, die kommende Wunderschöne Export der Linken an parano一点, Reutersности st 오늘 noch Quitfalte, Untertitelung des ZDF, 2020